Buongiorno, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Es handelt sich um einen sehr ungewöhnlichen Kriminalroman von einer sehr ungewöhnlichen Frau, deren Geschichte müsste man auch mal erzählen. Aber heute geht es erstmal um diese Leute hier. Thomas Ripley ist 25, lebt in New York und hangelt sich mit Minijobs und Gaunereien durch. Was total ungerecht ist. Andere Leute kriegen alles hinterhergeworfen, wie er hier zum Beispiel, Richard Dickey Greenleaf. Im gleichen Alter gibt aber in dem fiktiven Fischerdörfchen Monjibello in der Nähe von Neapel hier im Hintergrund zu sehen, Papas Geld aus. Grrrr, ich male, Papa, ich bin Maler, ja, ganz genau. Seine Nachbarin Plus ist Marjorie Sherwood, genannt Marge, die in ihn verknallt ist, boah, eher in sie aber höchstens marginal. Dann erwähnen wir noch Tenente Roverini von der lieben Polizei. Highsmith schreibt ihren Roman 1954, ungefähr zu dieser Zeit spielt er auch, und es geht los, in einer Bar in New York. Boah, dieser Typ da, verfolgt mich schon die ganze Zeit. Ist der pervers oder was? Sorry, ich bin der Vater von ihrem Kumpel Richard Greenleaf. Wer? Ach Dickie, ja, wie geht's ihm denn? Er ist seit zwei Jahren in Europa und will nicht nach Hause kommen. Dabei geht's seiner Mutter sehr schlecht. Ja Mensch, schade, dass ich gerade keine Zeit hab, sonst könnte ich ihn ja zurückholen. Ach, ich würde natürlich ihre Kosten übernehmen. Bingo! Endlich hab ich mal ne Pause von meiner geizigen Tante Dottie und den kleinen Scheckbetrügereien. Europa, ich komme! Boah, ich fühl mich schon voll wie ein Gentleman mit meiner neuen Mütze, die er sich auf dem Dampfer kauft. Am Strand ist Dickie leicht zu erkennen. Hallo, ich bin Tom Ripley, wir kennen uns von zu Hause. Ach ja, das hier ist Marge. Deine Mutter hat mir einen Bademantel und Socken mitgegeben und dein Vater ist besorgt, weil du nicht heimkommst. Ja, gähn, ja, ja. Boah, was für ein Scheißstart für meine Mission. Drei Tage lässt er ihn in Ruhe, dann probiert es Tom ohne Mütze mit der Wahrheit. Dein Vater hat mich dafür bezahlt, um dich heimzuholen. Ernsthaft? Und jetzt ist das Eis gebrochen und wandert in den nächsten Drink. Ach komm, du kannst bei mir wohnen. Wirklich? Und zeigst du mir Neapel? Na klar, das machen sie gleich am nächsten Tag, begegnen noch einem Kumpel von Dickie namens Freddy Miles. Hallo! Dann schlagen sie sich eine echt heiße römische Nacht um die Ohren. Das war so cool! Und Marge so, du hättest echt mal Bescheid sagen können, Dickie Greenleaf. Marge bleibt sauer. Aber jetzt fängt für Tom eine wunderbare Buddy-Buddy-Zeit an. Ich bin der perfekte Mitbewohner für Dickie. Ich lasse ihn in Ruhe malen, übrigens grottenschlecht, und wir schmieden Reisepläne. Im Winter fahren wir nach Cortina d'Ampezzo zum Skifahren und im Sommer dann nach Griechenland und Marge ist eifersüchtig. Was hat sie denn? Ach, ich seh mal nach ihr. Knutsch. Jetzt hat er die geküsst, das war nicht das erste Mal. Ich bin so eifersüchtig. Und vor Wut zieht er Klamotten von Dickie an und stellt sich vor, wie er Marge erwirkt. Du hast es so gewollt. Was machst du da, Tom? Äh, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich bin nicht schwul. Ja, ich glaube das auch nicht. Ja, aber Marge oder wie? Zieh meine Klamotten aus. Und ab jetzt herrscht Konkurrenz zwischen Marge und Tom. Die Flitterwochenstimmung ist vorbei. Boah, der ist so lustlos. Der hat noch nicht mal Lust auf einen lustigen Drogenschmuggel nach Paris. Als Leichen im Sarg, Tom. Das war ein reales Angebot. Ganz genau. Dann schreibt ihm Greenleaf Senior auch noch, danke für nix. Wir brauchen ihre Bemühungen dann nicht mehr. Nein, Dickie, fährst du mit mir nach Paris? Von mir aus auch mit Marge. Nee, Sanremo ist viel cooler. Ja, dann fahren wir dahin. Marge jedoch bleibt daheim. Aber, um's gleich zu sagen, nach Cortina fahre ich dann allein mit ihr. Klar? Ja, logisch. Und ebenso kalt wie das Eis von Cortina d'Ampezzo ist Dickie die ganze Fahrt über. Bevor sie in Sanremo einchecken, machen sie erst noch einen Abstecher nach Cannes. Sind hier am Strand denn eigentlich alle schwul? Ja, aber ich bin nicht schwul. Und er ist echt eisig zu ihm. Und Tom so, ich muss ihn umbringen. Ich hab ihm eine Freundschaft angeboten, der stößt mich derart zurück. Warum passiert das immer? In Sanremo sagt er dann, komm, wir mieten uns ein Motorboot. Und Dickie so, ja, okay. Und damit cruisen sie dann in der Bucht rum. Sie sind ziemlich allein, es ist relativ schlechtes Wetter. Aber Tom sagt, wenn du reingehst, geh ich auch rein. Und er so, ja klar, er fängt an sich auszuziehen. Tom schnappt sich ein Paddel und bang, 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 bang. Er schlägt seinen Kumpel mit diesem Paddel. Boah, ist das anstrengend, einen Menschen umzubringen. Und dann muss ich ihn auch noch mit dem Betonanker versenken. Aber seine coolen Ringe behalte ich, die gefallen mir. Und dann das Boot mit Steinen versenken. Jetzt weiß ich auch, warum das Schwerverbrechen heißt. Zur Belohnung darf er jetzt aber Dickie sein. Und das hab ich auch verdient. Ich räum jetzt erstmal unauffällig sein, also mein Haus in Monjibello aus und lass es verkaufen. Äh, hallo Tom, wo ist Dickie? In Rom. Ich hol ihm nur ein paar Sachen. Und von da aus schreibt er ihr dann als Dickie. Ich nehm jetzt hier Malunterricht bei nem alten Meister und hab keine Lust mehr auf Monjibello. Besser, wir sehen uns erstmal nicht. Nein, und was ist mit Weihnachten? Auch da nicht. Nein, und er hat jetzt ne geile Zeit. Ich fahr über Weihnachten nach Paris und zwar als Dickie. Er macht sich auch die Haare ein bisschen heller. Und ich bin zwar allein, aber nicht einsam. Dann mietet er sich ein echt schickes Apartment in Rom. Och, jetzt könnte ich doch mal nach Mallorca fahren. Geh ich doch mal schnell packen. Da bimmelt's. Hä? Hä? Es kennt doch keiner meine Wohnung hier. Hey, hier ist Freddy. Wo ist Dickie? Äh, der kommt gleich wieder. Äh, du bist Tom, oder? Was ist mit Dickie los? Und wieso trägst du sein Armband? Äh, das hat er mir geliehen. Und Freddy wird misstrauisch. Und bang! Er schlägt ihn Tom ohne nachzudenken mit einem schweren Glasaschenbecher. Boah, jetzt geht dieser ganze Entsorgungsstress schon wieder los. Im Schweißen seines Angesichts schleppt Tom die nicht gerade leichte Leiche in dessen Auto und entsorgt ihn an der Via Appia. Am nächsten Morgen, palim palim, kriegt er Besuch von der Polizei. Sie sind Richard Greenleaf? Äh, ja. Ihr Freund Freddy Miles ist tot aufgefunden worden. War er gestern bei Ihnen? Ja. Und, äh, sie stellen ihm noch ein paar Fragen. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung. Na toll, jetzt steht meine Adresse in der Zeitung und jeder weiß, wo ich wohne. Ich ziehe ins Hotel. Aber es wird noch besser. Nein, das Boot in San Remo ist gefunden worden mit Blutspuren. Immer noch. Und die Polizei so. Sind Sie in San Remo? Boot gefahren mit Tom Ripley? Äh, ja. Wo ist Mr. Ripley jetzt? Keine Ahnung. Wäre es okay, wenn ich nach Palermo fahre? Bene. Und fast erwischt ihn Marge, aber nur telefonisch. Dickey ist gerade nicht da. Warte doch auf ihn im Café. Okay. Und er fährt nach Palermo. Boah, in Paris war es irgendwie nicer. Aber es gibt keine Entspannung für ihn. Nein, die Bank behauptet meine. Also, Dickies Unterschrift wäre falsch. Und nein, die Polizei lädt mich nach Rom vor. Nee, nee, nee. Dickie Greenleaf taucht jetzt ab. Und er wird wieder zu Tom Ripley. Und reist nach Norditalien. Kauft sich ein gebrauchtes Auto. Ach komm, ich fahre jetzt nach Venedig. Da wollte ich immer schon mal hin. Und miete mir ein Haus. Da wäre natürlich ein Boot wahrscheinlich geschickter gewesen. Dort meldet er sich bei der Polizei und erhält prompt Besuch von Tenente Roverini aus Rom, der ihn ja schon als Dickie kannte. Wo waren Sie seit Ende November, Mr. Ripley? Ach, ich habe so Cramping gemacht. Ich habe mir ihr wunderschönes Land angeguckt und dann immer zusammengekauert im Auto übernachtet. Und wann waren Sie zuletzt? Bei Mr. Greenleaf in Rom, bevor er nach Sizilien ist. Wissen Sie, ob Mr. Greenleaf und Mila Streit hatten? Nee, nur vielleicht wegen Marge? Aha. Und wo ist Mr. Greenleaf jetzt? Ich habe keine Ahnung. Grazie. Grazie a lei. Ich bin der König der Welt. Ich kann allen alles vorspielen. Ich hätte doch Schauspieler werden sollen. Er schreibt jetzt in seinem wunderschönen Palazzo mit Dickies Schreibmaschine noch dessen Testament, in dem er Tom Ripley alles vermacht. Aber noch ist es nicht so weit. Es gibt noch ein paar Härtetests. Erstmal kommt Marge zu Besuch. Ich verstehe das alles nicht. Wo ist denn Dickie bloß? Vielleicht, liebe Marge, hat er sich umgebracht. Das glaube ich nicht. Zweitens kommt auch noch Greenleaf Senior, der mittlerweile auch nach seinem Sohn sucht. Tut mir leid, dass ich ihn nicht nach Hause bringen konnte. Ich habe einen amerikanischen Detektiv engagiert. Oh, äh, gute Idee. Und Marge, die bei ihm übernachtet, stellt fest, Tom, wieso hast denn du die Ringe von Dickie? Oh, die hat er mir zur Aufbewahrung gegeben. Das hatte ich ganz vergessen. Muss ich die jetzt etwa auch erschlagen, um meine Spuren zu verwischen? Aber sie sagt überraschenderweise, dann glaube ich jetzt auch, dass er sich umgebracht hat. Und Mr. Greenleaf, dem das erzählt wird, sagt, ja, dann sieht das ganz so aus. Und der Detektiv sagt, ja, dann ist das wohl so. Und als sie weg sind, sagt er, das gibt's doch nicht. Dann schicke ich jetzt dem Greenleaf Senior das Testament und fahre nach Griechenland. Das wollte ich ja damals schon mit Dickie machen. Und er besteigt tatsächlich ein Schiff nach Griechenland. Und im Hafen stellt er fest, aha, da steht die Polizei und wartet schon auf mich. Ich hab's gewusst. Aber die wollen gar nichts von ihm. Stattdessen schreibt Greenleaf Senior, das geht in Ordnung mit dem Erbe von Dickie. Alles Gute für dich, mein lieber Tom. Wo ist das beste Hotel am Platze? Ende. Ja, das ist überraschend, gell? Dass unser Held, der so viel Arbeit hatte, wirklich dafür belohnt wird. Aber so ist das im Kapitalismus. Wenn du dich richtig anstrengst, wirst du reich und glücklich. Alles, was man braucht, ist ein bisschen Talent. Und das, liebe Gemeinde, war der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Vielen Dank.